Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit Achim und Kai. Jo, servus. Moin. Moin, Meister. Die Map kann ja absolut gar da. Ich glaube ich hab die mal Ewigkeiten gespielt, also vorher längere mal gespielt, aber... Ich doch mal gleich im Bett gucken, dass hier so ein E-Bow. Kein Unklar. Du kannst ja über dem Bett so Eisenblöcke oder hinter der Tür dann spinnen, wie immer oder so was. Ja, das ist... Wenn du sowas haben solltest. Oder vorher halt elfmal bisschen... Ja, grün ist... Grün kommt zu uns. Grün hab ich. Ja, wir elfmal hier zwei Drohungen da platziert, da ist er halt Gledurikon mit. Ich kann den nicht hitten. Ich kann Blau nicht hitten. Ich glaub ein Hacker. Ich glaub mal, ich konnte den nicht hitten. I don't know. Der Kursschutz von Acer-Block hier. Ja, drei Acer bloß. Hatte fünf Gold. Ja, zu uns kommt einer. Wenn's ein Blau ist, haben wir verkackt. Ne, gell. Den sind Bertisch weg. Der kommt eh durch. Der kommt eh durch. Rotboxer. Nämlich ja, der Runde war es ja. Top. Ich wollte Acer, das hieß Bött für dich, Herr Boker. Hey, konnte ich den Blauen grad nicht hauen? Bin mir nicht sicher, konntest du den hauen? Der hat irgendwie kam... Ich weiß nicht, ob ich den hauen konnte. Ich hab's nicht richtig... Wenn jetzt jemand kommt, müsstest du es sofort sagen. Das bitte ist jetzt nämlich komplett frei. Ich geh auf Grün. Mhm. Grün ist grad auch bei Blau. Zwei Stück, also das könnt... Nice, geil. Dann geh ich jetzt mit auf Blau. Achtung, Grün könnt jetzt... Gelb könnt jetzt kommen in Mitte. Die wir im Auge halten. Grün lebt immer nur einer. Ja, okay. Alle tot. So, ich komme zu Blau. Wenn Achen... Ich bin... Oh, ich wusste, dass ich hier bin. Hallo. So, das Bett wird... Blau ist glaub echt nicht schlecht, Herr. Ja, blau ist... Ja. Das Bett ist jetzt noch mit. Ähm... Halt die Blöcke jetzt abbaue, das sind befallen, Herr. Ja, ja, ja. Das Bett ist mit Eiserblöcke. Ich bin ja nicht in Ruhe, Eiboot. Blau kann in Mitte. Okay, gut. Dann komm jetzt mal mit zu... Ui, helfe... Ja, Blau kommt in Mitte. Gutes Gwinner, genau. Ich komm. Ich hab den Blauen, der ein bisschen Gold eingesammelt hat. In der Mitte grad gekillt. Wo ist denn Blauer? Ich brauch noch ein bisschen was im Essen. Ja, ich hab den... Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den... Goldräumbringer. Hier, mach, 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 mach. Lauf nach Hause. Ich braue dich gleich schräg, weil es ist ein Block über dir. Ja. Junge, der Blaue, der ist so gut gefühlt. Und... Der Q's I grab... Klappen? Ich hab beide. Ich hab zwei Blaue gekillt, damit du gemütlich nach Hause kommen konntest. ja gelb ist aber der ist glaub erstmal relativ egal der geht nämlich nicht in mitte ja warte der soll noch einmal so kommen und schießen runter wir sollten lieber auf blau kusamik her die das ihn bogen hat er muss ein morsal muss sein muss sein Der ohne blaue hält mich fast kett. Ich lebe nur ein neister und jetzt ist der gelbe. Ja, den kriegen wir easy. Alter, das war grad nicht gut, wie ich ihn gekillt habe, aber egal. Gelbe Schmitte, gell? Ja. Ja, der hat sich da eh bot. Ja, ich warte, ob der nach Hause will. Ich kann ein bisschen boost. Der got home. Fuck, ich wollte in die Mitte springen. Ja, dann hat er safe geholt, dann müssen wir halt so. Ähm. Ja, der hat aber Sackfüll Gold Klau. Ja, ja, das wollen wir schon. Der darf ja keine Enderpelle haben, sonst hat er uns, aber... Ehm, du darfst halt jetzt nicht sterbe. Ja, das wäre jetzt das Schlechteste, was uns passieren könnte. Ich geb mal Bösch das. Guck da so, vielleicht. Und probier's. Nice. GG. Gut game. Und damit würde ich sagen, das war's mit der Runde. Bad Wars. Wenn's euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gebe. Verbessende Vorschläge. Immer gerne in den Kommentaren schreibe. Abonnieret. Vergessen Glocke aktivieren. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.